Musik, Getränke, Essen und Freude pur. Am 29. Juni hat das Hochschulsommerfest stattgefunden. Nach zwei Jahren Corona war der Gouch-Akt endlich wieder ein ganz besonderer Programmpunkt. Mutige Studierende der HTWK, die ein Bleisatzpraktikum absolviert haben, wurden in einem großen Bottich getaucht. Hat Spaß gemacht. Ja, erst ein bisschen aufgeregt, aber dann war es voll in Ordnung. Ich hätte mir eine fulminantere Flucht gewünscht, aber ich konnte leider nicht weg. Der Gouch-Akt ist die traditionelle Aufnahme in die Zunft der Drucker. Dabei werden die zukünftigen Gesellen von außen und innen gereinigt. Ganz freiwillig steckt allerdings niemand ins Wasser. Dafür sind die Packer mit am Start. Heute mache ich mit, weil zum einen wurde ich gefragt, ob ich aushelfen kann als hier Packer. Und zum zweiten, weil ich meine Gouch-Akt nachholen muss. Die habe ich damals nach der Ausbildung nicht machen können wegen Corona. Den ganzen Nachmittag und Abend über haben die OrganisatorInnen für ein abwechslungsreiches Programm gesorgt. Mit einer Vorstellungsstraße der Hochschulgruppen, Bühnenprogramm, Sportangeboten und allerhand zur Erfrischung und Stärkung. Das Hochschulsommerfest, organisiert durch den Stura, ist wieder erwarten weitestgehend trocken geblieben. Untertitelung des ZDF, 2020